willkommen zurück bei minecraft hier und dann bauen wir gleich mal hier instant weiter und zwar habe ich da noch eine kleine idee gehabt wir machen das ganze 5 müsste reichen 1 2 3 4 5 alles klar dann machen wir das gleiche hier auch so und ich sehe schon dass unsere steinchen gleich alle sind was ungünstig ist okay also auf geht's um zu den öfen im keller so mein kabel stunden rein machen keine steine mehr sonst das ist keine kohle mehr alles klar so und so und so oha das ist jetzt doch schon ein bisschen zu viel aber ja gut dann müssen wir uns davon in zukunft erstmal keine mehr machen also zumindest nicht so bald ja und im letzten part habt ihr bestimmt bemerkt was passiert wenn ich vergesse mir die uhr zu stellen weil dann dann versuche ich immer so ein bisschen zu schätzen wie lange das jetzt gedauert hat wie lange ich schon aufnehme und meistens verschätze ich mich und dann fehlen natürlich ein paar minuten das war natürlich ein bisschen blöd das ist besonders blöd für euch halt so 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 ähm ja machen wir aus dem berg hier einfach mal einen anderen berg also wir haben wenigstens unsere erde mal wieder los da wird sich ja noch einiges ansammeln der war zu viel so so nein ach ja so so ja 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 so und so das können wir eigentlich komplett zu machen was ich noch nicht ganz verstehe ist warum bei mir das Gras hier an der Seite so weiß ist und nicht grün das verstehe ich nicht weil ich habe ja meiner Meinung nach habe ich die aktuelle Version von MCpatcher da drauf so dass ich na so dass theoretisch die Texturen richtig dargestellt werden müssen ich weiß jetzt nicht ob das so sein soll kann ich mir aber so eigentlich gar nicht vorstellen weil es sieht schon ein bisschen komisch aus so aber naja gut da reißt ja die Maus keinen Faden ab hoffe ich doch so das muss eigentlich reichen und dann machen wir hier mal so verstehst du hier muss noch eine Reihe hin hier muss noch eine Reihe hin hier muss noch eine Reihe hin ich habe hier ein Stack leer ja nein nein das ist richtig so dann hier noch eine Reihe hin dann machen wir hier noch so so genau gereicht so dann müssen wir hier können wir mal ein kleines Loch auch mal dicht machen ähm so und so und so und so und so alles klar so jetzt brauchen wir ein Steinchen haben wir da so 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 tut mir aber leid dass ich jetzt gerade nicht so viel erzähle aber ich bin hier gerade voll in meinem Element so 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 was ist das denn? Standbild? hallo? krass 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 was war denn da los? ist mir gerade einfach Minecraft abgeschmiert mit Fehlermeldung von Minecraft also das hatte ich ja noch nie so es wird dunkel wir gehen mal schlafen weil ich höre überall spinnen das geht mir ja jetzt schon auf den Sack deswegen einfach mal eine Runde pennen und dann kümmern wir uns mal so um unseren Weg hier weiter und ja wie ihr seht der Eingang wird doch ein bisschen größer nein das war zu viel so 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 und so Gott der ist gar nicht mal so einfach hier hm 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 so so ich habe gerade echt das Gefühl dass wir hier diese ganzen Stacks Steine noch verballern werden also ich bin ja gerade selber sehr gespannt wie das am Ende dann aussieht so nein der ist dann zu hoch so 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 und so 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 und so 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 heftig 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 also wird doch größer als ich eigentlich wollte so 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 da brauchen wir noch ein paar rein da brauchen wir noch ein paar rein alter Schwede holler die Waldfee ähm so T다 ja わか Notebook so ähm so INTMike aus sieht schon geil aus aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt weil ich glaube ich habe mich gerade tierisch verbaut naja das kommt davon wenn man einfach mal völlig planlos was baut aber ich glaube das ist doch richtig hier unten nur zu viel alles klar kommen wir der sache doch schon näher oder auch nicht manu macht das ordentlich macht das so wie ich das will nicht so wie du stehst da manu und dann so 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 hier kommt er da rein zack der war wieder zu viel ne da war glaube ich auch zu viel mir fällt gerade ein wenn ich das so haben wie ich mir das vorstelle dann muss ich ja alles rausreißen alles also so sozusagen alles um herum und zwar bis bis hier und dann muss ich da die steintreppe ziehen das heißt so 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 nicht dann kommt nämlich hier das ganze so so nein hier nicht so 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 oh da sei das sei ja hier gerade des sparte vom feinsten Halt Wir wollen hier nichts verschwenden Nein Ich krieg hier noch die Krise So Steine So 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 Oh wenn ich jetzt schon wieder auf die Uhr gucke Dann läuft die Zeit schon wieder ab Das geht mir immer voll gegen den Strich Ich bin immer zu schön beim Bauen Oh ich hasse das einfach Das ist schlimm Wenn man so schön mittendrin ist Aber Leider Klappt das immer nicht so wie man will Ja Aber Es muss wohl so sein Deswegen renne ich jetzt einfach mal wieder rein Der Ende die Aufnahme Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Also So Tschüss.